Hallo und herzlich Willkommen zurück bei, wie heißt es nun mal? Shotgun Farmer Shotgun Farmer, ja man, ich habe es selber vorgeschlagen, ich bin so gut einfach Wow Das Spiel macht erstaunlich viel Wow, oder? Ach, hier sehen wir uns ja gar nicht, weißte Geil, aber das Spiel ist wie for all, ne? Alle gegen alle Richtig Hä? Hä? Oh, warte mal, ich muss mal hier rein Warte, warte Kämptein Oh, oh oh Ey, Tony, bleib locker Scheiße, wo war das da vorne? Ich finde halt doof, dass man die Namen immer so weit sieht Ach komm Sieht man die? Der Curry snipet, campt und snipet, Alter, was ist das denn für ne Wurst, Alter? Ich kämpfe gar nicht, weil wir zugegeben, das ist voll der Camper, Alter Camper-Schwein Currylein Camper-Schwein Man, hier habt ihr mal die Pistolen Ich treffe mal nicht so gut Och, Curry, du bist mit deiner fachschissenen Dreckschaufi, ne? Du bist nur ein richtiges Lauchkind. Wie er anfängt wieder, weißt du, wie er sich plötzlich auf einmal drehen kann? Ja klar, wenn du nur mit der Schaufel rum rennst. Ich renne nur mit der Schaufel rum, wenn ich keine Nacka, Papa? Äh, Pan? Warum hat Pan Kissen umgekommen? Alle gegenseitig hier! Ach so mal, Erik, jetzt fängt er auch... Oh, Törri ist oben! Törri ist oben! Ciao! Hört man das, wenn ich die Glocke läute? Nee, hier grad nicht. Alter, Tobi, was soll das? Wieso tötest du mich? Das findest du Freude! Du Bastard! Alter! Wie geil war das? Das war nice! Das ist so doof! Wie geil war das? Ah! Steck die Rache! Ich will auch Rache machen. Oh! Kammer, 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 Kammer! Das gibt's noch nicht! Oh! Fuck! Oh, Pan, ey! Jetzt! Ich verprügele deine Eltern! Nein! Oh, ich dachte für nur Waffe... Hallo! Oh, was? Hallo! Willst du dich verarschen? Hallo! Hallo! Ey, mit deiner hässlichen Schaufel! Hahahaha! Der mit seiner hässlichen Schaufel! Ich bin Krimus! Find euch! Ich hole wieder alle... Was? Was, Tobi?! Nein! Alter, nicht sein... Erik, bitte! Warte mal! Das ist nicht sein Ernst, Alter! 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 Was ist los hier? Hi, Pan! Hi, Pan! Porn! Alter, was? Alter, nicht mal Hallo sagen, weißt du? Alter, was ist denn das? Alter, ich schieß dreimal in die Alte rein! Was? Was ist denn da los? Was? Oh, Triple Kill! Juhu! Mann, L! Das ist aber Hase! Was ist hier los, Alter, du? Du alter, Kacke, ey! Voll am Cheaten wieder, weißt du? Mit ihrem Wallhack und Scheiß! In die Alte! Haut der rein, der kippt zurück! War... Tobi ernsthaft? Was für ein Spongo, Alter! Was für ein Spongo! Mit wem man hier zusammenspielt, weißt du? Das offenbart sich erst in One... Wo ist es One? Die Alte, ey! Die Alte, ey! Was soll denn... Was soll denn... Was willst du denn jetzt, Alter? Ey, ich bin ja Cam... Wie... Ey, Tobi... Alle auf Tobi! Los, alle auf Tobi! Der führt gerade die Liste an! Hä? Der führt gerade die Liste an! Die müssen alle auf Tobi! Jetzt macht er wieder seine Spielchen hier, ey! Habe ich aber bei Curry gelernt! Bei Shellshock aber rumholen, weißt du? Habe ich... Habe ich bei Curry gelernt! Kann ich voll... Kann ich voll bezeugen! Warte mal, Erik! Ich finde das gerade echt nicht lustig! Ich finde das gerade echt nicht lustig! Gott! Das finde ich gut! Das gibt's nicht! Alle Wallhacker! Alter, alles Wallhacker hier! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Tobi! Drei Drittel vom HWS Kusen Wallhacker! Ich hab' mich voll erschrocken! Der Tobi hat aber die meisten Punkte! Das finde ich schon krass, eigentlich, wie der hackt, ne? Also... schade! Eigentlich nicht erwartet, so! Guck dir das mal an, Alter! Das ist doch unfassbar! Ciao! Woher willst du denn jetzt? Das gibt's doch nicht! Oh mein Gott! Intensifies! Ey nein! Paar, pawn, pawn! Ah Shit! Meine Erik brauch nur noch 5, 4 Olympics! Der Curry ist in der verfickten Schaufel, One-Hit-In die ganze Zeit, ich hasse diesen Kack, dieses Kack-Kind aus Klebe, ey. Oh ja, fahr ich gleich hin, Alter. Das gibt's doch nicht! Ey, komm mal rum, mit Currys Fresse-Schmierchen und Mittelschreifen auf die Autobahne, Alter. Pardon, der, äh, und der, der Dings hier, Alter. So, Alter, Dreckskind, ey. Ah, shit! Wo sind alle? Also, ich find's schade, dass wir alle so aggressiv sind. Oh, was? Wo? Hä? Wo sind denn alle? Mann, ey. Wieso bist du denn so aggressiv, Curry? Wie bist du denn so aggressiv, Curry? Wieso hab ich dich, ich hab dich zweimal getroffen gerade und du hast keinen Damage gekriegt? Was? Ich hab noch fünf Health, ich hab nur noch fünf Health. Alter, Alter, darf doch nicht wahr sein. Nein, 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 nein. Nein, 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 ah! Was passiert mir an? ARTUBI. Die I Economist, Alter. Der sind mit einem fucking Flammenwerfer, immer. Ja, das gibt es doch nicht, ey! Ey, niemand mag Tobi, ne? Das er es selber nie selbst nicht mehr hat. Boah, Alter, was? So, gerade im Maul hämt jetzt! Du hast den einen Schwecher, ha manos den Tobi die ganze Zeit jetzt und der redet auch gar nicht, weißt du. Natürlich, eh! Der denkt nur an sich, der denkt nur an sich, Arschlochkin. Der redet nicht, siehste, man hört den gar nicht. Halt die Klappe, halt die Klappe. Oh Gott ey. Hörst du das, Curry? Hörst du das gerade? Nee, eigentlich nicht, ich hab Sound auf. Guck ihn dir einfach an, Schmiro. Ich hab ja gesagt, wir müssen auf den drauf. Schmiro Watzlaff ey. Okay, jetzt Allianz, komm, auf geht's. So, egal was wir spielen, alle auch Tobi. Egal was wir jetzt spielen. Allianz, auf geht's. Mann, jetzt volle Pulle. Scheißegal. Ich kann so nicht weiterspielen. Ja eben, ich kann so nicht weiterspielen. Es geht nicht ohne. Ja, jetzt gibt er wieder die Cheat Codes ein. Da, Spanken ey. Unbegrenzt Munition. Was war der Cheat Code dafür? Sheet, der Cheat Code. Hast du doch nie eigentlich gescheated? Was soll der Tobi? ала, die nimmt gar nicht an. Ich hee nicht mehr. Aber auch. Findet ihr zu kamele? So wund CIA was決st casino? Wasлен's denn alle? Hammer. Komm mal! Oh, das Huhn! Ja! Alter! Tobi? Na komm, Erik! Das gibt's nicht! Oh Gott, ey, dieser Tobi! Gleich mal nach Darmstadt fahren Fett in die Fresse hauen! Ey, du fettes Scheißgesicht, ohne Witz! Wie hast du mich grad genannt? Also, ich wollte eigentlich nur Scheißgesicht sagen, Tobi Weißt du, letztens bei Golfit wollte er mich noch umbringen Jetzt hat er mich fettes Scheißgesicht Ach, hör doch mal auf! Ich glaube, Kirby, ich glaube, dass du Mark spielst nicht Ach, no! Ich spiel nicht mehr mit Huh! Zick doch mal nicht so rum! Auch Tobi sagt, eh, weißt du, gleich geht er wieder an die Decke Rastet aus Ach, leck mich am Arsch Ach, leck mich, Erik! Das Spiel ist echt scheiße! Dann leckt euch doch alle mal gegenseitig, ey! Ich glaube, was ist hier los von der Leckorgie? Ja, er hat jetzt hier Snipe am Start, oder was? Pan! Hey! Ah, Tobi, wird los! Mann! Gibt's doch nicht, Alter! Mit der Schaufel rennt er die ganze Zeit nur rum! Huch! Huch! Ah, Mann, ey! Ah, ja! Dabei ist alles! Was, dabei ist alles? Dabei ist alles! Denkst du das nicht? Leck mich, Curry! Dabei ist alles! Ah, Hilfe! Ich geh weg! Nein! Pan! Ja! Ja! Das ist nicht da! Das ist hier! Ah, Tobi, wird los! Ah, ey! Kann noch nicht! Cool! Brauch Munition! Weich ja noch gar nicht! Ey, weg da! Das gibt's doch nicht! Ah, Gary, so'n stinkendes Stück Scheiße, ey! Ah, cool! Das ist ja wunderbar! Wie alle jetzt so ruhig sind! Ah, Hilfe! Was ist denn da los? Lass die Scheiße! Hey, Curry, bitte! Komm doch mal her! Mann, du kannst nicht mehr viel Leben haben eigentlich! Nein, ich hab wieder einen Freeze gehabt! Das gibt's doch nicht! Jetzt hat er wieder die Freeze! Natürlich! Ja, Mann! Kannst du bei mir auf den Channel gucken! Guck doch! Ja, wieder, wenn das mal auf den Channel geht, ey! Dann glaub ich mir das nicht! Glauben! Mein Ohr, Junge! Geh doch mal weg! Ah, Curry, ey! Es reicht! Niemand mal Curry, das ist ein Gesetz! Niemand mal Curry, der wird von mir verletzt! Was macht er denn da? Das gibt's doch nicht! Hey, was willst du denn? Ach, Mann, Alter, du mit deiner Scheiß... Pfannenwichter! Na ja! Nein! Hallo, Tobi! Tobi führt! Alter, Hilfe! Mann! Was ist passiert? Der war nice! Der war nice, Curry! Oh, ich bin scheiße! Ich bin nice! Äh, äh! Wieso trifft das Ding denn nicht? Ich hau ab. Ich bleib hier. Ich auch. Das gibt's doch nicht. Ah! Och mann, Tobi, alter. Mann, ey, ganz ehrlich. Genau richtig so. Oh mein Gott, Pan, Hilfe, stopp. Ich steig gleich durchs Mikrofon, halt. Bitte lass es sein. Hä, was hast du denn mit mir jetzt für ein Problem? Alter, ich rass gleich aus, ne? Ach, das ist doch zum Fick du jetzt doch. Er kommt mit einer Rakete rein, weißt du? Oh, Alter, Alter. Mit der Schaufel, Alter. Was ist da los? Oh, Alter. Heilige Scheiße. Hä, irgendjemand hat mich gesneakt gerade von hinten. Mann, ey! Ah ja, genau. Er trifft wieder, weißt du? Alter, was? Warum immer ich Pan? Die Pan hasst mich. Die Pan hasst mich, Alter. Mann, Pan, ey. Die ist voll aggressiv. Guck mal, Erik hat voll viel. An und noch... W-was? Du hast voll viel. An und noch auf dich. Ich spiel's ungefähr. Nein, Tobi, auf! Nicht verschwinden. Alles klar, er haut halt raus. Wieso treff ich damit der fucking Schaufel nicht? Alter, wenigen Elf hast du noch? Elf? Wie viel hast du doch? Warte, ich bin zu sehr aufregend. Nein. Da. Curry, ernsthaft. Der Tobi, Alter! Feige von hinten, gucken wir an. So kennt man ihn. Ach, richtig doch. Ey, ganz ehrlich, Tobi, ne? Ja, das ist halt Tobi, ne? Das ist Tobi. Alle auf Tobi, Alter. Nee. Ich kenn ihn auch nicht anders. Ich hab den so kennengelernt. Das gibt's doch nicht. Nein! Warum frisst der so viel? Ja, das frag ich mich immer bei Tobi. Nein! Nein, ich mein... Du mein ich das nicht, Mann! Alles klar, alles klar! Du mein ich das doch nicht. Ah! Nein! Nein! Ich schieße so oft auf dich, Mann! Warum frisst der so viel, ey? Ja, ja, ich weiß, das ist ne Schockgarn... Oh, Mann! Da ist auch wieder ne Schockgarn. Wo sind denn alle? Ja, verstecken wieder hier, Mann. Curry kämpft natürlich nicht da. Ach komm, ich hab keinen Bock mehr auf dieses Scheißspiel. Erik, Erik, nein! Erik, nein! Wir sind gleich statt. Nur noch ein Punkt! Erik auf! Erik auf! Erik auf! Overtime? Ach so, weil die beiden... Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Es entscheidet sich zwischen den beiden, ey. Das gibt's nicht. Oh nein! Oh nein! Shit! Ich bin tot, alles gut. Ach so. Ich auch. Pan, bitte. Warte mal. Ich muss gewinnen, okay? Komm! Alter, du bist fast tot. Das gibt's gar nicht. Nein! Nein! Komm, ey! Ich war zu weit weggespawned. Oh nein! Oh nein! Ah! Der Tobi, Alter! Sein Game! Auf jeden Fall in Schottgart fahren, ey! Ey! Der weiß alles! Alter! Tobi, ein Kackfeier! Kackbratze, Kackgesicht, Tobi, Arschloch! Boah, ey! So Bratze find ich echt übel! Ja! Hör doch auf jetzt! Bist nicht lustig! Ey, 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 ey! Oh! Jetzt waren wir mal knapp zwischen Ehe und Tobi! Ja, es ist immer knapp! Ja, Curry, bei dir war das doch gar nicht knapp, Curry! Du bist immer Dritter! Curry, das wird nicht gefallen! Jetzt sofort, sofort auf den Tobi! Die ganze Zeit! Das ist anders hin. Merkst du, dass du ja hochburnt gerade so? Fehlt mir doch dieses Pfeifen gerade, so dieses... So ein Ketzel! Hä? Äh... Gott, ich find Aggression nicht gut! Das gibt's doch nicht! Du warst viel zu weit entfernt, um mich zu treffen! Ich bin gehüpft! Ich hüpfe die ganze Zeit nicht! Ja, da wird die Schaufel aber auch nicht länger! Doch, die ist sehr lang dann! Hä? Ganz merkwürdiges Spiel! Pan wieder oben mit der Schaufel am snipen, weißt du? Ich raste aus! Ich hasse die Tür! Och, kompan! Was ist denn jetzt los? Ja, kompan! Was ist denn jetzt los? Kann doch nicht sein! Ich bin Tobi-Nator und ich kann dich verlieren! Hä? Das stimmt, deswegen gewinn ich doch immer! Nein! Ach, Tobi! Ach, Tobi! Ja, okay! Komm, one on one hinter der Sparkasse! One on one hinter der Sparkasse! One on one hinter der Sparkasse! Das ist doch unglaublich! Das ist doch unglaublich! Das ist doch unglaublich! Alter, was? Geiler! Von beiden Seiten Pan gut gemacht! Hä? Wie Pan? Tobi am Fundamentaten wollte ich auch sagen! Ich war die schon tot! Ich hab die ganze Zeit nur nach Health gesucht! Der Tobi redet gar nicht mehr mit uns, ne? Ja, aber der hält sich einfach wieder was besseres! Ich werde ständig nur beleidigt von Curry! Warum soll ich da noch groß sein? Alles klar, Tobi! Boah! 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 So. Dreh ruhig deinem Kumpel Kevin mal den Rücken zu, mal guck was er macht. Oh, Alter, voller Schocken gerade. Ja, ich war eh schon tot. Wieso verschenke ich eigentlich Punkte? Ich bin doof. Es darf nicht so sein, es darf nicht so weitergehen. Hä, ernsthaft? Was kommt denn da wieder geflogen, Alter? Was war das denn gerade? Mal probieren. Vielleicht hat man so Glückstreffer. Den hast du doch schon mit mir. Oh template. No, Tobi. Der hat natürlich jetzt eine Snipe, jetzt ausgerechnet diese Situation. Dann trifft er das erste Mal in seinem Leben. Einen schönen jungen Mann namens Tubbinato. Ah, scheiße. Alter was? Ernsthaft? Was war das für ein... Was war das für ein Schuss gerade, Mann? Geht doch gar nicht. Oh shit. Oh mein Gott. Ich hatte keine Waffe. Sonst wärst du einfach tot gewesen, Tobi. Du wärst einfach tot gewesen. Du wärst einfach richtig am Arsch gewesen, Alter. Weißt du warum? Weil du es verdient hast. Was ist denn los bei euch, Leute? Es tut jetzt mal ein. Tobi ist aggressiv und ich weiß nicht warum. Ich hab keine Ahnung. Gleich wieder der Kuschelparty starten. Alles klar, Alter. Die Kleverbrunst, wer kennt sie nicht? Was da aus? Gut gemacht, gut gemacht. Verdient. Ist halt so dumm. Ja, Karine, schöner der. Boah, in der Luft. In der Luft. Alter, was? Ja? Komm. Ey, ohne Witz, ne? An der Treppe ist nie. Weißt du, wie die Bühne hinterher gelaufen ist? Du selber sch... Was? Versteh ich nicht, was du meinst? Äh, an der Treppe ist nie. Ah, dieser Curry! Was ist das für ein Glücksschwein, Alter? Was für ein Glücksschwein. Das kacke Kind aus Kleve, wa? Sieh dich ein, sieh dich ein. Ja, ist so, ist so. Alter Tobi, kannst du doch mal in den Hobbys gucken. Guck morgens in den Spiegel und kotzt schon. Äh, wer hat denn gerade gesniped? Tobi. Wer war das? Gerade nach dem Spawn? Wer war das? Spawn Camper? Ja, scheiß Spawn Camper wieder. Alter, ich raste aus, ne? Hä, wo sind denn alle? Ja, hier. Machen wir Privatparty. Ja, dann guck der den Tobi wieder an, wie er das anführt, weißt du? Unfassbar dieser Typ. Scheiße! Ah. Kann nicht mal aus Spar spielen, weißt du? Äh? Was ist das los, weißt du? Was ist das los, weißt du? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Fun Game, richtig. Das gibt's doch nicht. Kann es sein, dass der Shotgun Farmer Savys gut zerstören wird? Weil wir mit Gemüse schießen. Schöne doch mal auf. Ey, komm doch mal auf jetzt. Alter. Ohne Witz. Ey, das macht halt echt keinen Spaß mit dem Wichser. Warum bist du so aggressiv, Curry? Ich versteh dich nicht. Ihhh, geh mal mit mir. Geh mal mit mir. Nein, einfach nur geh dir gegenüber, Tobi. Ah! Bobby, ich hab doch gedrückt. Ach, fuck. Ciao, Tobi. Oh, der Knast. Cool. Was macht ihr da? Der Knast. Der Knast. Nein! Oh, ihr tut doch ja noch zusammen, Alter. Tobi und Curry, Alter. Alter, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, Alter. Die Pan fällt mir in den Rücken, weißt du? Die schläft dort draußen. Ganz ehrlich, reicht mir langsam. Du schläfst da draußen. Oh. Als ob du hier die Herrschaft hast. Ja, ist so. Kannst du mal gucken, wo du bleibst jetzt. Hi. Ah, fuck. Ich gönn mir erst mal ein schönes Wellnesshotel dann, ey. Schlampfütze im Gesicht nach unten, oder was? Ah, scheiße. Alter. Ganz ehrlich, Tobi. Und guck dir den Tobi wieder. Ich hab ja gesagt, wir müssen auf Tobi drauf. Ey, Tobi, du bist richtig gut. Du hast echt gut gespielt, Mann. Danke, Curry. Das freut mich, dass du's endlich einst. Tobi, du hast alle Runden gewonnen, Mann, ey. Wann ist es mit dem Jungen? Oh, Curry ist noch Zweiter. Krass. Wie kann der Mann so gut spielen mit einer Hand in einer Lace-Tüte? Das ist immer ein Rätsel. Ganz knapp. Boah, das ist echt knapp. Das ist echt knapp. Boah, jemanden reicht's auch mal, weißt du? Ja, also von mir aus können wir die Folge beenden. Na komm, eine Runde machen wir doch hier. Eine letzte. Weißt du, Tobi hat wieder keinen Bock. Dann gehen wir alle Haier machen. Gar kein Problem, Curry, wenn du dir das weiter das Märtyrium weiter antun willst. Nee, du bist jetzt fertig gemacht. Du bist jetzt explodieren. Oh. Und nicht von Lace-Chips. Ich glaub, die Chance ist größer, dass ich von Lace-Chips explodiere, wie von deiner... Alles klar, Paaren, Alter. Ey, Paaren. Da wär ich grad dabei. Wie so Konfetti einfach, so Lace-Krümel. Ich komm mir gegen Tobi aber auch null an, ey. Die Musik ist geil, ne? Scheiß, Drecksmusik. Äh, wo seid ihr alle? Ich seh euch immer nicht. Guck mal, wie der mit seiner Schaufel wieder ankommt, weißt du? Hä? Ich hab so einen Tomaten-Launcher gehabt. Ich hab so einen Tomaten-Launcher gehabt. Nee. Überhaupt nicht. Die Fresse. Geh weg, Tobi, bitte. Musst du auch treffen, Curry. So wie Erik. Entschuldigung. Das war Zufall. Normalerweise kann ich das nicht. Ciao. Geh kacken. Boah, das mach ich nachher auch. Das ist richtig fett. Ja, musst du gerade? Nee, eigentlich nicht. Ach so. Das gibt's nicht! Dieser verfluchte Darmstepper-Kacktyp, ey. Ist schon halb tot, weißt du? Oh. Ah. Ja. Alle Kinder hassen Tobi. Ja, genau, Alter. Ja, genau. Ja, ich sag doch, wir müssen uns echt gegen Tobi jetzt. Ja. Wir müssen da wirklich mal langsam. Ja, er spaut da hinter mir wie so eine Reugen-Geschnalle. Ey, Freunde, der hinter mir. Halt dein Maul. Wie eine Schlange einfach, weißt du? Wie er immer wartet, bis er abdrückt, ey. Ja, weißt du? Ja, bis du herkommst, natürlich. Hä? Mit dem Spawn ist aber hier noch ein bisschen übel, ne? Hä, was ist denn hier los jetzt, Alter? Vor die Party, vor der Treppe. Was passiert hier? Oh, es macht da Spaß. Wollen wir, wie er sich wieder ranschleichen muss, weißt du, Oğlum? Ey, wir haben die Kill geklaut, ey. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. Das war eigentlich dein Ernst, Erik. Das war aber kein Kill-Sitäles, ich war mitten drin. Och man, ey. Hä, Erik, leckt man mir rum! Was? Das hab ich nicht nötigt, Tobi. Erzähl doch keinen Scheiß! Alter, ohne Scheiß, Erik hat doch leckt man mir v Fred rum. Den kann man gar nicht treffen. Ich will mich bei dir einschleihen, Tobi. Och, Erik. Man muss dazu aber sein, dass der Curry auch fast gerade aus L.A. wiederkam. Ach, Quatsch. Wo Tobi? Warum schreit denn Tobi so komisch rum? Ja, nee, ne? Warte. Hä? Alter! Tobi fällt mir in den Rücken, weil ich Curry töten möchte. Geiler Move, Tobi. Geiler Move, Mann. Jetzt gönne ich dir den Sieg. Wie, eine Schlange. Sagst du. Oh Gott. Erik, komm mal zurück. Ja. Alter, ich treffe halt auch noch voll lucky. Wie, ein kleiner Fallecki. Sorry. Tue echt leid. Ich hätte selbst nicht erwartet, dass ich den treffe. Ich wollte eigentlich Tobi hinterher rennen. Ich habe den Curry auch erstmal ignoriert. Der Curry hat's verstanden. Machst du was für mich hinterher rennen, Paar? Ja. Ciao Curry. Komm her. Ah, Mann. Ich dachte, der geht rein. Fick, der ist auf die falsche Tür. Wollten wir grad Heal holen. Ich dachte, das war vernünftiger. Ich raste aus. Erik, wie wär's, wenn du bitte stirbst? Das Curry kommt von hinten. Pass auf. Danke. Meine Nase kitzelt. Meine Nase kitzelt. Meine Nase kitzelt. Auf den Weg. Oh, geil. Scheiße aus. Ciao Curry. Oh, jetzt endlich. Hä, wo denn? Da. Da. Alter, ich raste aus, ne? Stopp, stopp doch einfach. Alter, ich raste aus. Boah. Zum Glück war da grad ein Heal. Ich spiele Schimini wieder. Da. Alter, Tobi. Tobi. Ja, verpiss dich. Verpiss dich selber. Entschuldigung. Ich bin keine Konkurrenz. Maaaan. Was? Hey. Sorry, aber. Sorry, ey. Alter, Tobi, so ein Drecksack, alter. Sorry, das geht nicht, ey. Oh. Curry, bist du raus? Hey. Oh, nö. Oder? What? Ich bin raus, ne? Hey, aber wie stand grad unten? Curry spielt, äh, Shotgun Farmers. Dann hatte ich halt, hä, ist der jetzt weg? Hä, Curry spielt Shotgun Farmers? Das wär jetzt aber Link. Tobi. Boah, was? Nein, ich hatte keine Waffe, alter. Krass. Der war, der war krass. Krass. Krass, krass. Krass. Krass ist eben. Die werfen sich einfach vor die Flinte. Ich kann da gar nichts gegen tun. Ah, das wär so schön gewesen. Äh. Was machen wir jetzt weiter hinten? Alter, ich, ich treff halt nix. Nö. Schon wieder für Tobi, ich wollt's nur kurz sagen, ne? Also, falls ihr... Popan! Ohohohohohohohohoho, alter. Alter, ich mag's. Ah, das ist echt die Rache. Mein Shot, echt? Ach komm Curry. Ach Erik ey, bitte. Was los, Alter? Mann... Alter, Curry, echt, ernsthaft, was soll das, Alter? Was soll das, Curry, Alter? Kannst doch einen Bruder nicht im Kopf schießen, Junge. Der hat dein Maul, den Spieler, ey. Was sagen wir hier? Das gibt's doch nicht Curry, fällt mir vor den Rücken, weil ich Tobi angreife, Alter! Warte mal, Curry, ich muss eben schnell Hilfe holen! Ich muss warten! Ach, ey. Was hat denn hier, wer... Tobi führt immer noch, ich sag's nur! Ja, das Schott auch, keine mehr. Ja. Ich weiß nicht, was mit dem Tobi los ist, ey. Los ist, ey. Was? Was? Apan? Was gibt's gar nicht? Krass. Boah, Alter! Ja, schön war's, es reicht. Alle hassen... Hä, wie kommt ihr da hoch? Tobi macht immer irgendwie so Drache! Ah, Tobi, Alter, so ein Drecksack, ey. Keiner mag mehr, Tobi! Das üben wir aber alle, das üben wir. Ganz ehrlich, Tobi, das geht aber besser. Ja, eigentlich schon. Ganz ehrlich, soll ich euch mal sagen, Gutes Aim kann man nicht üben. Was ist denn? Boah, ist das widerliche, ey. Ekelhaft! Wärs immer auf der Toilette so gut? Du wirst doch nicht immer so stinken bei dir. Ich höre bei 900 Punkten. Ich höre dich gerade gerade ganz schlecht. Bis vor Spacken. Steck den Maiskolben in den Arschen weg. Glücklich, Mann. Expressiert mich nicht. Oh Gott, ey. Boah, krasses Spiel. Aber das sind ja nur zwei Modi jetzt gewesen. Die beiden Eko-Spieler, weißt du? Die beiden Eko-Spieler. Ja. Was ist da los? Das sind jetzt nur zwei Modi gewesen. Was hätte man denn noch? Weißt du? Irgendwann niemals wieder spielen. Weiß ich nicht. Spielen wir nie wieder. Gehen zu dir. Weiß ich nicht, Mann. Tschüss, ne? Ja. Hör doch auf, Tobi. Du brauchst hier gar nicht mehr reden jetzt, Alter. Halt's Maul. Alter, ich... Warum bist du so schlecht gelaunt, Curry? Ich freu mich schon wieder auf die Kommentare. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Nur Tobi und Curry hassen sich. Ja, ich meine, die Nase läuft die ganze Zeit voll. Ihhh, in der Kamera? Ja, ein bisschen so, ne? Und dann schmier ich das hier so als Creme auf mein Gesicht. Das ist doch ein richtiger Kevin, ey. Wann bist du schon draus? Nö. Ich warte, bis hier die Folge beendet. Ja, würde ich sagen. Nehmen würde ich sagen, oder? Hör auf! Keinem was zu sagen. Okay. Ja, der Curry geht steil hier. Ah ja, von hinten! Natürlich! Von hinten! War das gar nicht? Nein, lass mich in Ruhe. Nein! Da war Tobi, ich wollte snipen, ey. Entschuldigung. Was soll dat? Boah, jetzt kommt da aggressiv ran. Geht einfach durch den Traktor durch. Habts gesehen, wie der Sheetcode angemacht hat? Krasser Typ. Tobi ist ja wieder der geilste. Tobi hat ja wieder dicke Eier. Der Schaufel treffe ich auch mal nicht. Er trifft ja immer durch den Flur auf seinen Eiern, der ist so groß. Weil Tobis Eier sind so groß wie sein Oberkörper. Jedes Einzelne meine ich. Ich treff den aber auch nie, ne? Ich treff den nie. Tobi sieht einfach aus wie so ein Audiozeichen mit dem Kopf oben drauf. Entschuldigung. Was für ein Akku ein. Das ist übrigens ziemlich belastend. Ja, belastend. Tobi. Wir spielen ja eigentlich auch gar nicht, ne? Ja, ich gehs. Tschüss. Okay, tschüss. Macht's gut, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen und, äh, vielen Dank fürs dabei sein. Auch für die langjährige Treue natürlich auch. Und, äh, für den immer wiederkehrenden Spaß. Oft werden wir gefragt, warum spielt ihr denn so oft die gleichen Spiele? Weil sie uns Spaß machen. Das ist die einzige Antwort. Genau, genau. Ja. Toll. Obwohl wir heute aber gar keine gleichen Spiele gespielt, aber ich hab immer wieder Bock auf Uno. Guck mal, weißt du? Ich spiel nicht mal und er schießt mich weg. Ich spiel nicht mal! Hä, wie wärst du da einfach mal... Wie wär's, wenn du einfach mal dein Gesicht austauscht? Boah, das wär echt hilfreich. Finde ich nicht lustig! Ja, Alter, du warst noch gelb. Ich konnt dich nicht mal wegballern. Oh. Was soll ich denn? Du bist so ein Frühstück. Man konnte nicht mehr zielen! Scheiße! Ich dachte, wir wollten die Folge banden. Ja! Ja, wollten wir ja auch. Okay, tschüss! Tobi, Tobi, wo bist du denn? Wecksau. Wir haben noch Curry getötet, warte. Wo bist du? Achso, ja gut, das ist... Ich kann nicht mal meinen Namen aussprechen, weil er so viel Lays im Mund hat. Alter! Keri! Keri! Komm, raschle doch noch mal mit deinen 40.000 Schimpstüten. Tschüss! Der bestimmt ne Schimpstütenkette. Jam, jam, jam. Alter, so für Drecksache! So, jetzt reicht's aber. Wie lang bist du schon? Tschüss!